Servus und Hallo aus dem Berliner Sommerbad Olympiastadion. Ich bin Patrick Hausting und normalerweise halte ich kein Fußball in der Hand, wenn ich vorm Turm springe. Aber heute nehme ich an der Challenge der Deutschen Sportrotterie teil, da ich Teil der neuen Förderstaffel bin. An die Botschafter Philipp Lahm und Fabian Hambüchen, ich nehme eure Herausforderung an. Und nun gebe ich den Stachelstab an die Judoka Laura Vargas Koch weiter. Nass machst du normalerweise nur deine Gegner, aber jetzt kannst du dich mal im Turmspring versuchen. Wirst du dich das trauen? Ich wünsche dir viel Spaß!